Der Film zeigt einige Eindrücke von den Tagen des Eisenbahnfreundes im Jahr 2019. Zunächst kommt die Lok Plettenberg mit einer geliebenden Garnitur offener Wagen der OEG. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Lok Plettenberg mit einer geliebenden Garnitur offener Wagen der OEG Nun ist die im offenen Land bei Heiligenberg zu sehen. Die Lok Plettenberg mit einer geliebenden Garnitur offener Wagen der OEG und die Lok Plettenberg mit einer geliebenden Garnitur-Wagen der OEG Gleich wird die Lok Herrmann der schwachen Diesellok-Rappelkiste Anfahrhilfe leisten. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup WDR. WDR mediagroup WDR. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. WDR mediagroup WDR. WDR mediagroup 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 WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. 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 Musik Anschließend wird die Lok Hoja mit Hilfe der Lok Lettenberg einen schweren Zug die Rampe hinauf befördern. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Auf der Normalspurstrecke von Bruchhausen-Wilsen nach Heistrup betätigt sich eine Gastdampflokomotive. Sollen wir den ersten Rollenwagen rein? Wir fahren ja direkt um das gleich los. Ja, warte, erstmal, wir können hier auf dem Leib sein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH. WDR mediagroup GmbH. WDR mediagroup GmbH.